Das dauert in die Burg noch ein bisschen länger. Ja, dann würde ich sagen, nicht viel rein. Also, die ist etwas komplizierter. Nee, wir machen erst die Quest unten. Oh, ich, ich hab, ich hab was entdeckt. Ja, genau das ist das, was ich gemeint habe. Das ist die Quest. What? Gleich so viel? Tagebuch aktualisiert. Ach, das ist die Quest. Aber wir wollten noch die Stäbe holen. Ja, das ist doch diese Quest. Ich dachte, wir müssen dafür nochmal zu dieser Metalltür, die ich dir mal zeigte. Nein. Hey, hey, du. Lass mich sehen, was du hinterher hast. Ich bin mir nicht hörbar zu unsichern. Geh, geh, ich zeig dir. Pekka! Bitte! Ja, ist das? Hast eigentlich die Aufnahme wieder gestartet? Ich weiß gar nicht. Äh, ich weiß von einem Schaps? Schaps, Schuppie. Warum sprachst du immer noch? Wie schade. Siehst du, die Sache ist, einfach stopp. Niemand weiss, was du sagen musst. Siehst du noch die Mache von deinem, oder? Beide auf das. Ich liebe den Blick. Wie schade. Siehst du, die Sache ist, dass du nicht stopp. Niemand weiss, was du sagen musst. Hey, du sollst töten und einen Ruhe lassen. Hä? Äh. Weil du das Beste. Du erschreckst dich selbst. Lass sie, bevor du dich auch so schmerzt. du machst du Eine Illusion. Dieser Mann muss mich ziemlich stolz sein. Komm, wir hauen ihn mal. Du kannst nicht, nein, du kannst nicht schauen. Was? Aber der will doch angegriffen werden. Komm. Warum? Und was war hier unten, wo du eben noch warst? Lass mich doch auch mal umschauen. Ach, da ist eine Wand. Hier ist aber ein Mörser drin. Ha! Er hat wieder alles stehen lassen. Das nehme ich auch noch mit. Ich sammle doch nicht, in einer Folge sagst du, du sammelst keine Muscheln mehr, in der nächsten Folge sauen sie wieder Muscheln. Es sei denn, es ist was zu essen. So. Komm jetzt. Das war die Zeit, wo wir die ganzen Nägel und Bretter gefunden haben. Die habe ich nie mitgenommen. Aber wenn es um was zu essen geht, da kann ich schon irgendwann Nein sagen. Und hetzt nicht ständig so. Und er speichert schon wieder. Und das ist automatisches Speichern. Ja, ich habe das Spiel gemeint. Automat ist reich. Hier ist ein Röhrring, hier, komm. Ah, wirklich. Wie war das gerade? Hier hinten ist noch mehr. Jetzt rennen sie wieder die andere. Ja, 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 ja. Da alles übersieht er. Hier sind noch zwei Kisten. Immer wenn ich rede, hör mal. Würdest du mitkämpfen? Das kommt davon, wenn man nicht in meine Richtung geht. Sagt der Hähnchen. Der, äh... Der, der was? Der erst immer alles einsammeln will, dann kämpfen. Ja, der ist auf mich zugerangen. Ich wollte eine Kiste aufmachen, dann werde ich da behindert auf einmal. Ja, ja, ja. Das kann ich ja so gar nicht stehen lassen. Das Problem ist, es sind alle... Au, wow, wow. Du stehst viel zu weit von mir weg. Äh, ja. Weil du nicht mit mir mitgelaufen bist. Das Problem ist, dieser Bogenschütze da oben. Der war auch auf diese... Auf den unten zu ballern. Die oben machen wir nicht mehr Schaden. Da komme ich... Zu den anderen komme ich gar nicht hin. Wie? Wirst du da hochschießen können? Den erreiche ich nicht. Der von eben. Au. Das nehmen wir uns auch schwer begegnen. Ja, das kriegen wir hin, ne? Stufe 5. Na komm. 5? Ja. Was würde ich so? Stufe 5 wäre das nicht so gut. Dem komme ich nicht hoch. Ja, das wäre ein Problem. Dem komme ich nicht hoch. Ich erreiche überhaupt keine. Siehste? 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 Als hätte ich... Hätte ich es gesagt. Ich habe es ja gesagt. Ich könnte nicht. Moment, ich hatte gerade eine Fähigkeit... Ne, ich glaube die Fähigkeit... Ja. Nein. Okay, hier komme ich ran. Jetzt komme ich ran. Jetzt habe ich ihn. Ich weiß nicht, was das macht. Die Fähigkeit habe ich nie benutzt. Hm. Ich kann ja mal versuchen, zu euch zu kommen und das Schild zu schmeißen. Huch. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich zu euch stürmen. Das brauche ich jetzt nicht mehr ganzer Bild, der Mensch. Das brauche ich jetzt ja nicht mehr tun. Ja, wenn du zu uns stürmst, bringt das nicht wirklich viel, weil wir uns sind keine Gegner. Der hat zumindest keine physische Rüstung mehr. So. Dann kümmert die dich um den, weil wer keine physische Rüstung hat, kriegt die physische Rüstung mehr. Ich weiß, ich habe jetzt keiniges zu tun. Runtersuchung. Immunitäten gegenüber einfrieren und vergiften und bluten. Stand da übrigens gerade. Ey, warum? Warum konnte er was machen? Au, lose. Kannst du bitte noch emotionaler sein? Nein, was tust du denn da? Oh. Ich könnte eigentlich zu lose rüber. Na ja. Ja, stimmt. Dann schießt und machst auf jeden Fall mehr Schaden. Komm hoch. Ich stelle mich aber etwas auf Abseits. Dann zerwischen wir uns noch beide gleichzeitig. Dann kannst du ja, wenn du willst, los und dann eine erste Hilfe geben. Hä? Die ist schon so kaputt? Halt, ja. Erste Hilfe heilt nicht so viel. Die ist abhängig vom Jägersmann. Je höher deinem Jägersmann ist, desto mehr er heilt das. Ich hab mal nochmal schön drauf geballert. Jägersmann hab ich jetzt gerade auf drei oder vier. Fünf. So. Da komm ich den Montag nicht hin. Ähm. Das kann ich nutzen. Boah, der hat aber reingedrückt. Pff. Fünfzig Schaden und fünfzig Schaden. Äh, schade. Jupp. Er hat sich nass gemacht. Ach, ich bin nass. Warum auch immer. Komm, komm nicht an. Komm jetzt an. Komm da nicht an. Äh. 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 Ja, bitte. Ja, ich hab das Problem, dass ich jängig dran komme. Das kommt davon, wenn man in andere Richtungen läuft. Hier. Hm. Dein Glück ist das rundenbasiert, sonst hättest du niemals die Zeit gehabt. Ja, das Problem ist, es hat so die ganze Zeit hin und her gesprungen. Ich kann, äh, es war schwer, da eben ranzukommen. Ich hab immer fünf Punkte, ich könnte auch mal drei einsetzen. Hm. Na ja. Ich glaub, den packst du da unten, ne? Zwei normale Hits und dann ist er tot. Ja, nochmal kann ich dich angreifen. Mach da einfach nur mal. Ach so. Okay. Ich hatte noch einen Punkt. Das hab ich hier mitgekriegt. Okay. Ich hab' ich gesehen, dass er mal angegriffen hat. Hallo. Ähm. Sehr schön. Zwei Schuss hinten dran auf den Boden geschlossen. Super. Man merkt schon, du bist sehr erfahren. Ehen, halt nie, das Mann, ne? Hm. 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 Ich hab' keine Spells, wo ich die Benutzung habe. Ich hab' keine Spells, wo ich die Benutzung habe. Und dann... Ich hab' schon so viel, aber... Hier komm' ich auch nicht runter. Warum sitzt du denn so im Blut? Hm. Vielleicht war ich auch geschossen worden. Toll. Du stehst immer noch da hinten? Hier bringt's halt gar nichts anzugreifen. Das weiß ich zumindest, wo du erst hinlaufen wolltest. Das weiß ich zumindest, wo du erst hinlaufen wolltest. Da hinten war ich, da hinten ist nix mehr. Ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ich wollt' auch mal Erster sein. Ich muss immer nur hinterherlaufen. Ja, okay. Ja, okay. So, ich muss noch was machen. Hm. Äh. Da hab' ich sich lose. Nee, da kann ich was ersparen. Hm. Hm. Ach, guck mal. Hier. Das ist immer gräbt. So. Ach, super. Was ist denn erwischt? Guck mal, der ist rumgelaufen. Auch sehr schön. Hä? So, pass auf. Den Treppel. Jetzt. Was war das? Oh, ich. Globale Abkühlung. Was stand doch da? Ja, ich war ganz erschrocken. Habe dies durch Worte meinen Ausdruck verteilt. Ah. 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 Also. Ist das ein Geist? Viel besser. So, Lose. Jetzt bist du dran. So, Lose ist die gar nicht mehr. Wow. Nochmal, komm. Hm. So, jetzt hab ich ihn, ja. Ah. Ah. Jetzt sterben. Nein. Nein. Doch, doch, doch nicht. Er ist noch nicht gestorben. Toll. Aber ich kann noch mal. Jetzt wird aber sterben. Komm schon. Nö. So. Und wieder hat er nicht geschlafen. Ahem. Entschuldigung. Ah, kannst wieder reden. Komm her. Da hinten ist nichts mehr. Da hab ich schon alles. Eine Kiste? Ha! Pathetisch, Junge. Das ist kein Spiel. In welcher Welt sieht die Schmerzen einfach aus hohen? Links? Oh. Hier, hier. Hier, hier. Hier ist links. Da. Vorne. Nicht hinten. Was gesagt links. Wir wissen hier oben. Das kann man ja hin nicht mehr. Das ist eine Ratte. Ah doch. Wir sind versteckter Weg. Ha! Haben gefunden. Mensch. Falsch. Noch falsch gelaufen. Dann haben wir ein schönes. Magier Gewand. Oh. Was tut denn schönes? Magier Gewand? Guck mal, ob das verloste, was das ist. Oh. Ne, das ist nichts verloste. Was hab ich an? 8, 6. Das Ding hat. Hier, 19. Ne. Komm mal. Warum denn? Hier ist doch gar nichts. Wo wollte ich es jetzt so rum gehen? Weil ja, ich hab den Eingang nie gesehen. Pfff. Dochi. Ähm. Da unten ist glaube ich noch irgendwas. Wenn du möchtest, kannst du da runter gehen. Ne Frau wird da reingehen. Wo ist sie? Hier, wo ist sie? Das ist eine Illusion. Ein Esel schimpft den anderen Langohrkumpel. Was? Äh. Ja. Schön, dich auch zu treffen. Hm. Was da unten drin ist. Geld. Ah. Der ist ja nicht. Da auch eine Kiste. Ah doch, der Hälfte. Stimmt. Aber. Hätte übersehen, wäre er gar nicht hingekommen. Am ersten Mal habe ich es nicht mehr. Rolle der Beschleunigung? Das ist gut. Ja. So, jetzt haben wir ein bisschen, äh. Geld. Vielleicht so ein bisschen Rätsel oder so irgendwas hier. Ja, irgendwie war das ein Rätsel gerade. Er hat von Buchstaben gesprochen. Soll ich die Ratte nochmal fragen? Nein. Hier drin irgendwas. Geheimnisvoller Raum. Geht ja wieder Start los. Nicht die Bücher einsammeln. Und du hast mal alles mit, was hier rum steht. Hey, vielleicht kann man das ja gebrauchen. Das Spiegel. Hier ist noch ein Buch. Ja, nämlich. Wir gehen ja nachher noch was wegbringen, ne? So. Ich meine, das ist ja goldenes Besteck. Das ist ja wertvoll. Und das letzte Mal hast du gefragt, hast du noch was? Hast du noch was? Ich habe gar kein Geld mehr. Und damit das nicht nochmal vorkommt, muss ich ja sehen. Ich bleibe nicht. Hätte ich nicht Dieb sein können oder Kleptoman oder sowas. So, nachdem ich ja alles mitgenommen habe, wir können dann auch langsam anfangen zu spielen. Guck mal, ich habe neue Rezepte gelernt. Ja, das freut mich. Schmuckstärter. Hallo. Ja, ach so. Ach so. Oh, Verzeihung. Ich war abgelehnt. Du kommst zu finden. Du kommst zu suchen. Du kommst zu suchen. Aber du findest nicht den Weg. Eine Angst. Was? Vielleicht finde ich ihn doch. Ich kann dir nicht helfen. Ich gebe nur die Fragen. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Bracus hat sich geantwortet. Ich muss jetzt mehr Fragen beantworten. Ihr habt ihn mit Wissen in dieser Vault gefunden. Ja. Ich habe ihn mit einem Wissen verabschieden. Er ist ihm nicht so nett. Er ist ihm nicht zu. Du willst ihn nach vorne gehen? Ja. Entsteh dich fast. Und mach deine Schreiber. Bracus ist ein blöd, blöd, schrecklich, sehr, sehr grosses. Ein Mann, der sich einen Kerr. Eine Kerr ist ein, schrecklich, schrecklich. Ein Kerr ist... Was? Manche nennen ihn sogar eine Sau? Diebisch und widerlich? Ist die Heilung? Ach so, äh, ähm, 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 hier steht überall Geißel drin. Hier steht überall Geißel drin und oben in seiner Aussage ist nirgendwo Geißel drin. Hm. Ich nehme das zweite, ich bin nicht sicher. Vielleicht war das in einer, ähm, falschen Versetzung. Äh. Das ist von der Quelle gemeint, ja. Äh, was? Ja. Schön. Das war alles. Was ist hinter dieser Tür hier? Schatz. Na gut, in dem Falle. Da war nix drin. Schön, ich hab die falsche genommen. Ich geb mal was an, äh, den Prinzen. Medusenkopf, was ist das denn? Ich nehme mal an, dass dieses Schild besser ist. Das ist ein Spell, den keiner von uns benutzen kann. Ich hab mitgenommen, den kann keiner von uns benutzen. Ah. Oh ja. Oh ja. Das ist ein klein wenig besser. Ähm, bist du regeneriert? Ich kann ja nochmal einen Schluck nehmen. Speichern, bitte. Das ist eine gute Idee. Und auf geht's. Nochmal. Da ist automatisch. Ne? Bei mir kam die Plattform gar nicht. Ja, weil ich mich drauf standen. Oho. Oho. So, ich nehm den vor dir, weil der magisch hat. Was du nimmst. Den, den ich nicht angreifen kann. Oben, hinten. Genau, den Hintern auf der Zinne. Kann ich da rüber laufen? Du kannst an mehreren Stellen laufen. Es gibt mehrere Treppen. Aber wie gesagt, der geradeaus oben drauf steht ein Bogenschützer. Der hat am wenigsten physischen Schutz. Den soll ich angreifen? Ja. Dann stellt sich der Prinz erstmal ganz recht davor. Was? Dann stellt sich der Prinz erstmal ganz recht davor. Toll. Jetzt hat er keine anderen Sachen mehr. Äh. Ich glaub, er wäre da aber nicht hin teleportiert, wenn ich nicht dorthin gelaufen wäre. Was denn? Was? Ich hätte wahrscheinlich. Ach so. Bitte sprechen Sie laut und deutlich. Bitte sprechen Sie laut und deutlich. Ich möchte eigentlich lieber höher stehen. Geht doch da hoch. Ja, stell ich doch hin, wo der, wo der, wo der Ding stellt. Der, der, der Prinz. Da komm ich nicht an. Ja. Geh aber da vorne laufen. Oh mein Gott. Ach. Da muss ich ja wieder mich bewegen. Ne. Ja. Ich sag jetzt geht. Ach so. Lauf nicht an dem Tommofi vorbei. Trumpdoy. Jetzt. So. Wie war das mit den Bogenschützen? Ja. Jetzt kommst du nämlich von hier an mehrere Segeln dran. Ich versuche jetzt. Ja, da oben. Oh, oh, oh. Ich versuche jetzt. Äh. Ich versuche jetzt. Ich versuche jetzt. Äh. Ich versuche jetzt. Äh. Ist er gefroren? Nee. Nee, nee, nee. Wär ist er nicht gefroren. Warte, leuchtet jetzt so komisch. Ja. Ja. Ah. Scheiße. Ah, es war klar. Prinz ist noch da. Irgendwann. Ja. Jetzt ist der weg von mir. Jetzt komm ich nicht mal ran. Was hab ich denn? Oh, der hat auch nicht wirklich viel. Dann versuche ich den mal. Die sind doch noch Stufe 5. Und jetzt? Dann mache ich einen normalen Hit. Ja, und jetzt sind sie nicht so schwer, ne? Show yourself. Was, da ist auch noch einer? Sind vier Stück. Hat das überhaupt was gebracht? Ah, wen haben wir denn hier? Ja, du stehst da höchst. Das meinte ich nicht. Du, dann hinderst uns. Ich kann jetzt praktisch provozieren. Wen? Dann greift dich somebody. Hä? Wen? Hier oben bei mir, oder wie? Ja. Na klar. Wo willst du sonst provozieren? Ja, hab grad gedacht. Gleich nochmal angreifen. Komm. So. Äh. Ha. Ich, äh. Mach mal den Bogenschützen und kaputt. Ich arbeite dran. Hm. 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 Ja, hau mich. So, was haben wir denn? Ich habe das wenigste Leben von allen. Bogenschütz. Und du hast die geringste magische Rüstung von allen. Oh, shit, ey. Schön. Jawoll. Noch sieben Leben hat er noch. Das war eindeutig. Was ist denn das? Blendendes Strahlen? Wo kam das her? Lose? Lose ist geblendet. Nein, Lose ist nicht geblendet. Ach so. Er strahlt vor Energie. Ah. Du könntest mal ein bisschen Rüstung beitragen. Alles gut. Du schnüppelst mich auf. Äh. Das ist mein Lings. Der knüppelt ihn ein bisschen weich. Ja, ich kümmere mich. Was soll ich der Heilung geben? Ah, kommt nicht an. Kommt nicht an. Na, kommt schon. 34. Ah, 33. Gut. Er hat sich nass gemacht. Nein. Er hat sich angepingelt. Er hat noch einen Lebenspunkt. Der Bogenscharmützel. Das muss ich mir dann dahinten gehen machen. Die Musik ist beinahe schon entspannt. Na, was haben wir denn jetzt vor? Leute. Das war's. Mehr war das nicht. Warum sind überhaupt Fächer? Da waren auch gar keine Leute. Hm? Das hat sich ja ja nicht irgendwie geworden. Okay. Ach, was weiß ich, was ich machen wollte. Tausch? Huss-Pokus? Äh. Was? Ich würde gerne noch was. Ich würde noch Feuer oder sowas. Ich kann ja jetzt was auf dem Boden. Ich mache keine Feuer. Ich würde gerne irgendwie die Rüstung noch wegkloppen. Bringt so nix. Du machst nicht genug Schaden. Du kannst es probieren, aber ich glaube, du machst nicht genug Schaden. Hm. Toll. Der steht ja jetzt richtig super. Der steht echt super. Dann lauf halt ein Stückchen zurück. Jedenfalls der Bogenschütze muss langsam mal weg. Der Bogenschütze muss weg. Ich weiß, was ich jetzt hier in der Mauer stehe, aber du musst irgendwo ein bisschen vorlaufen. Weil mehr Hits packt Lose nicht mehr, glaube ich. Jetzt kommt noch ein paar von unten, oder? Kommt noch... Oh, ne, halt, du bist nicht vorlaufen. Was hat denn? Was ist? Von dem angerissen. Haha, hallo? Das stimmt. Jetzt kommt er wieder runter. Jetzt kommt er wieder runter. runter. Dann kommt er da. Ja, dann... Normale Abschluss. Das ist unbündlich. Lose, lose. Ja. Dann... Tja. Sie ist da wieder runtergerannt. Ne, Brückloch denn oben. Dann muss immer irgendwas machen, was er gar nicht machen will. Hahaha. Also, ich kann das nicht machen. Ein wirklich machen. Und Slarges Er, ist מle, was zu werden. Ich bin halt richtig! Wunderschön, sieìnr. Ich glaube, man Hㅋㅋㅋㅋ Vielen Dank. wie gesagt ist die mongegen einfrieren das war das einzige was sichtbar war das wieso ist da ein rauschentod das habe ich nicht ganz verstanden gut wir machen es mal eine kleine paus ich muss den erzähler noch ausreden lassen macht das nicht er flüstert zu mir der macht aber den gürtel kann ich identifizieren trompteus beil das kann ich auch noch den prinzen geben den ring den geb ich dir schön der ring ist diejenigen die wenig leben haben lege verflucht fest das ist nicht gut nein der gürtel zieht du mal den gürtel an ich habe dir gerade eingegeben so gut bis zur nächsten folge